Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt und achten Sie auf Ihre persönlichen Gegenstände. Vor Unregelmäßigkeiten, wenn Sie sich beglangen oder zu Personal. May we have your retention key. Do not leave your luggage unattended and guard your personal belongings. Should you notice any irregularities, please contact our train attendant. Walk your geht um . How much I need you to crash. So will I see you? Go! Beacon am Orzarbe incident? Do not forget to use the air, like siehe K operations. Nächster Halt, Next Stop, Wien Hauptbahnhof, S-Bahn, um 1. Nächster Halt, Next Stop, Wien Hauptbahnhof, 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 Sie im Anschluss zum Auto City 104, mit der Fabla-Musik Abfahrt um 8.10 Uhr vom Ansteck 9. Anschluss nach Volker Brothers dort, Fabla-Musik um 8.15 Uhr und Anschluss nach Brandesnäumer, Fabla-Musik um 8.16 Uhr, bitte beachten Sie auf die öffentliche Lautsprecher durchsägen, sowie die Monitoren zu eigener Bahnsteig. Die Fahrtrichtung bitte links aussteigen, Aufenthalt bis 8.12 Uhr, Ladies and Gentlemen, Next Stop in Hauptbahnhof, Exit Left. So.